Hey Leute und herzlich willkommen zurück zur Netzwerktechnik. Heute geht es um Brücken und Switches. Was wir hier sehen ist ein wunderbares, extrem schön verbreitetes Netz. Und wir haben hier irgendwelche, ja wir haben hier quasi mehrere Unternetze. Einmal ein LAN 1, LAN 2, LAN 3 und LAN 4. LAN steht übrigens für Local Area Network. Eigentlich schreibt man alles drei groß. Ich habe jetzt aber nur das L groß geschrieben. Ist auch glaube ich nicht so schlimm. Egal. Was wir hier dann sehen sind Brücken, die diese LANs miteinander verbinden. Also diese B1 verbindet LAN 1 mit LAN 2. Man kann sich zum Beispiel das LAN 1 so vorstellen, dass wir hier in der Mitte, das ist jetzt keine Brücke, das ist, ne wir machen das anders. Wir haben hier zum Beispiel ein Bus. Das ist unser LAN 1. An diesem Bus hängen mehrere Leute. Und unser LAN 2 besteht vielleicht aus einem Stern oder sowas. LAN 3, keine Ahnung, vielleicht ein hierarchisches Netzwerk oder sowas. Und LAN 4 ist nochmal ein Bus. Irgendwie solche Sachen. Und die wollen wir natürlich irgendwie miteinander verknüpfen. Und dazu gibt es Brücken. Brücken verbinden LAN-Netzwerke. Aber es muss natürlich auch irgendwie gesteuert werden. Wenn jetzt ein Computer von diesem Bus hier oben aus dem LAN-Netzwerk 1 sagt. Also sagen wir mal, hier hängt ein Rechner dran. So hatten wir glaube ich in den letzten Videos die Rechner aufgemalt. Sagen wir mal, in dem LAN 1 hängt ein Rechner. Und der möchte zu einem Rechner aus oder zu einem anderen, keine Ahnung, zum Beispiel zu einem Router aus LAN 3 kommunizieren. Dann muss man irgendwie diese Daten von dem ersten Rechner auf den Rechner des dritten LANs bringen. Und das ist eigentlich schon fast, geht schon fast in Richtung dritte Schicht. Aber tatsächlich braucht man oder muss man das hier über die zweite Schicht machen. Weil man sich dafür entschieden hat, okay das sind Brücken, die gibt es auf Schicht 2. Schicht 3 ist dann nochmal ein bisschen komplexer. Aber tatsächlich sind die Algorithmen sehr sehr ähnlich. Und ich fange mit euch heute ein bisschen damit an. Aber zuerst mal wollen wir uns noch angucken, was ist der Unterschied zwischen einer Brücke und einem Switch. Ein Switch ist eine sogenannte transparente Brücke mit mehreren Ports. Das heißt eine Brücke, die selbst ihre Wegwahl trifft. Wir können uns das Ganze so vorstellen. Wir haben hier, ne ich mach das mal anders. Wir machen uns hier ein, das ist jetzt unser Switch. Ja wir lassen ihn einfach mal so grün. Sah vorher zwar so aus wie ein Rechner, aber das ist glaube ich nicht so schlimm. Das ist ein Switch. Ich schreibe das mal ganz groß hier rein. Switch. So. Und dieser Switch hat mehrere Ports, also mehrere Anschlüsse. Dahin und dahin. Das ist nicht unbedingt ein durchgängiges Kabel. Das heißt es kann mal passieren, dass das was hier drin war nach hier oben will. Manchmal will der Traffic auch nach unten. Manchmal möchte der Traffic von oben nach unten. Manchmal möchte der Traffic von oben nach oben. Können natürlich auch mehr als zwei Ein- und zwei Ausgänge sein. Es können insgesamt, keine Ahnung, sehr sehr viele sein. Und was jetzt der große Punkt ist, sind diese transparenten Brücken. Das bedeutet, also eigentlich ein Switch ist wie gesagt eine transparente Brücke mit mehreren Ports. Eine normale transparente Brücke, wie wir hier oben sehen, das sollen auch transparente Brücken sein. Die haben einfach nur einen Eingang und einen Ausgang fertig. Aber Switch ist wie gesagt transparente Brücken mit mehreren Ports. Und was bedeutet transparent? Transparent heißt, die Brücke trifft die Wahl, wo der Traffic durchgeroutet wird. Das heißt, die Brücke entscheidet, also sagen wir mal, mein LARM-Netzwerk hier schickt an die Brücke 1 oder dieser Computer hier möchte Traffic hier rüber schicken. Dann entscheidet meine Brücke 1, hey, der Traffic wird so durchgeroutet. Und jetzt mache ich mal hier gerade was komisches. Jetzt sage ich mal, ich nehme einfach mal eine andere Farbe. Der Traffic wird so geroutet, erst hierher ins LARM-Netzwerk Nummer 2, dann ins LARM-Netzwerk Nummer 3 und dann an den Rechner hier hinten. Es wäre aber auch möglich, dass der Traffic so geht und dann vielleicht von da nach da. Warum sollte man so einen Umweg in Kauf nehmen? Sagen wir mal, diese Brücke Nummer 2 hier ist gerade völlig überlastet, weil das LAN 2, das LAN 3 komplett einfach nur zupumpt mit irgendwelchen Daten. Dann wäre es sinnvoller, die Daten über die Brücke 5, über die Brücke 3 und dann erst an den Rechner hier unten zu routen, weil die Brücke 2 einfach mega überlastet ist. Genauso kann es natürlich sein, dass ich den Traffic hier oben durchschicke und überhaupt nicht über die Brücke Nummer 1. Das kann alles durchaus möglich sein. Und die Brücke entscheidet, wenn es eine transparente Brücke ist, wo dieser Traffic durchgeroutet wird. Also, und wie gesagt, ein Switch hat noch mehrere Anschlüsse. Das heißt, wenn ich jetzt hier, sagen wir mal die B5, die Brücke 5 wäre ein Switch, dann wäre es auch noch möglich, ups, das soll jetzt wieder schwarz sein, dann wäre es möglich, dass die Brücke 5 hier zum Beispiel solche Anschlüsse hat. Das heißt, sie hat 4 Eingänge und 4 Ausgänge. Oder 3 Ausgänge jeweils dann nur, die möglich sind. Aber auf jeden Fall mehrere. Und das wäre dann ein Switch. Das heißt, Switches sind einfach etwas kompliziertere Brücken. Joa, was man benutzt, ist ein sogenannter Spanning Tree Algorithmus. Und ich möchte euch dieses Video nur ganz grob vorstellen, was so die Idee hinter einem Spanning Tree Algorithmus ist. Nächstes Video werden wir uns dann anschauen, wie das tatsächlich in der Praxis aussieht. Da ist es dann sogar ein bisschen anders. Ein bisschen konkreter noch über das Bridge Data Protocol. BPD oder sowas. Nein, das heißt einfach nur Bridge Protocol. Bridge Protocol Data Units sind die Dateneinheiten, die versendet werden. Werden wir uns aber alles nächstes Video angucken. Keine Sorge. So, was wir als erstes mal brauchen, sind MAC-Adressen. Und ich habe euch schon bei dem Video über die Kollisionsdomänen erzählt, eine Kollisionsdomäne endet, sobald ich eine Brücke benutze. Das heißt, da kann dann keine Kollision mehr passieren. Außerdem sind Brücken Schicht Nummer 2. Das bedeutet, sie haben, jeder Einzelne davon hat eine sogenannte MAC-Adresse. Und das heißt, wir haben hier insgesamt für jedes Endsystem, also diese Rechner haben hier eine MAC-Adresse und diese Brücken haben auch alle eine MAC-Adresse. Das heißt, ich bestimme, wo mein Traffic sozusagen hinfließt und von diesem nächsten Hop, also man spricht hier von Hop bei Hop, das heißt, von dem Endgerät auf die Brücke 4 wäre ein Hop, von der Brücke 4 auf die Brücke 3 wäre ein Hop und von der Brücke 3 auf das Endgerät hier unten wäre auch wieder ein Hop. Man spricht also von diesen Hops und von MAC-Adressen. Jede einzelne Brücke hat ihre eigene MAC-Adresse und jedes Endgerät auch. So, und was wir aber zusätzlich noch haben, ist eine sogenannte Brückenkennung. Ich schreibe das gerade mal hier unten hin, wenn es mich lässt. Ja, eine Brückenkennung, sowas wie eine ID ungefähr und eine Anschlusskennung pro Brücke. Das ist quasi der Grund, warum überhaupt Switches funktionieren können, denn ohne eine Anschlusskennung könnte ich ja nicht entscheiden, möchte ich jetzt gerade auf Port 3 rauskommen oder möchte ich den Traffic lieber über Port 2 rausschicken. Und damit man die eben unterscheiden kann, habe ich nicht nur eine Brückenkennung, damit ich auch sagen kann, ich möchte an Brücke XY schicken, sondern ich habe auch eine Anschlusskennung, wo dann sagt, ich möchte, dass der Traffic an Port 3 rauskommt. So, und was man auch noch annimmt, sind Pfadkosten. Das heißt, wie teuer ist zum Beispiel dieser rosane Pfeil hier? Der kostet mich zum Beispiel 1. Man sagt jetzt hier einfach mal 1, 1 ist wenig. Hier sagen wir, mich kostet der Pfad 5. Und hier sagen wir, mich kostet der Pfad wieder 2. Und der Pfad hier ist nicht existent, weil eigentlich, wie gesagt, über das Laden gehen wir ja nicht direkt, wir gehen eigentlich direkt zum Endgerät. Das heißt, eigentlich schicken wir, wie gesagt, den Traffic von B1, eigentlich schicken wir den Traffic ja so, also man berechnet die Kosten tatsächlich von MAC-Adresse zu MAC-Adresse. Das heißt, ich schicke von Brücke 5 auf Brücke 3 und von Brücke 3 auf Endgerät hier unten links. Und da können wir dann die Kosten bestimmen. Und jetzt kann man anhand der Kosten sagen, wenn ich jetzt noch zwei Pfeile hier einfüge, jetzt brauche ich wieder meine rosane Farbe. Wo ist sie denn? Da. Okay. Wir haben hier unten diesen Pfad noch und wir haben noch diesen Pfad. So, und jetzt sagen wir mal, dieser Pfad hier kostet mich 8, weil die Brücke, wie gesagt, gerade überlastet ist. Und raus kostet mich der Pfad 5. Und das kann man absolut nicht lesen. Deswegen mache ich das jetzt mal so, das soll auf das Endgerät gehen. Den hier kann man auch nicht lesen. Wunderbar. So, also wir haben einmal Kosten von 8 hier runter und Kosten von 5 darüber. Das heißt, ja, und wir haben hier oben auch noch einen Pfad von dem Endgerät hier runter. Also sagen wir mal, das kostet mich 2. Ist aber völlig irrelevant. Wir haben ja keine anderen Möglichkeiten, als von hier nach hier zu senden, wenn wir annehmen, dass die Brücke 4 hier gerade nicht existiert. Damit wir es uns ein bisschen leichter machen. So, wir haben jetzt hier von der Brücke 1 ab zwei mögliche Pfade zu unserem Endgerät hier unten. Und dann guckt man sich einfach an, hey, wie viel kostet denn mein Pfad hier gerade? Der hier kostet 8 plus 5, damit ich an mein Endgerät komme, was insgesamt 13 an Kosten macht. Und der hier kostet mich 1 plus 5 macht 6 plus 2 macht 8. Das heißt, dieser Pfad hier oben ist viel, viel günstiger. Was bedeutet, ich schicke meine Daten über Brücke 5, über Brücke 3 an mein Endgerät hier unten. Wie gesagt, das kann passieren, wenn ich zum Beispiel gerade eine überlastete Brücke habe. In unserem Fall wäre die Brücke 2 die überlastete. Die Pfadkosten hier oben interessieren mich nicht. Wie gesagt, ich habe hier nur diese eine Möglichkeit hier gerade. Wenn ich jetzt aber sage, ich habe die Brücke 4 da auch wieder drin, dann muss ich natürlich hier oben auch noch gucken, was kostet das und was kostet es mich von der Brücke 4 an die Brücke 5 zu senden? Was kostet es mich von Brücke 4 an Brücke 3 zu senden? An Brücke 2 komme ich nicht, weil ich habe ja keine direkte Verbindung zu Brücke 2. Ich kann nur an direkte Verbindungen senden. Und jetzt fällt mir gerade auf, ich kann auch von Brücke 4 noch an Brücke 1 senden. Ja, das heißt, wenn jetzt hier zum Beispiel der Pfad zur Brücke 1 von meinem Endgerät 5 kostet, der Pfad von meinem Endgerät auf Brücke 4 kostet 1 und der Pfad von Brücke 4 auf Brücke 1 kostet mich auch nur 1, dann ist es sogar günstiger, von meinem Endgerät auf Brücke 4 auf Brücke 1 zu senden, obwohl die Brücke 1 vielleicht viel näher an mir dran ist. Ich habe also mehr Hops, aber insgesamt trotzdem weniger Pfadkosten. Das heißt, die Pfadkosten sind irgendwie bekannt. Und was man dann macht, ist ein Graphenalgorithmus, ihr seht, das ganze Ding sieht so ein bisschen aus wie ein Graph, aber eigentlich ist es sogar fast ein Baum, nennt sich Spanning Tree Algorithmus. und den werden wir uns dann nächstes Mal angucken. Ich hoffe, es hat euch schon mal gefallen. Ihr könnt damit schon mal ein bisschen rumspielen, glaube ich, und ein bisschen üben. Ja, und nächstes Mal geht es dann weiter. Wir hören uns. Bis dann. Ciao. Ciao.